Hallo ihr Lieben, endlich möchte ich euch zeigen, was ich dieses Semester wo alles anbiete. Die Themen sind diesmal etwas eingeschränkter, einfach aufgrund dessen, dass ich beruflich gerade sehr eingespannt bin und ich zudem ein neues Thema ausprobieren wollte. Und das ist das Thema Stenciling, das könnt ihr hier schon sehen, das ist die hauptsächliche Thematik, die ich in den verschiedenen Volkshochschulen anbiete. Ich werde gleich im Einzelnen die anderen Workshops oder überhaupt alle Workshops vorstellen und was neu dabei ist, ich biete den ersten Workshop bei mir daheim an. Wir starten aber mit einem meiner Lieblingsworkshops, heute wird gestempelt. Das ist ein Workshop, der sich absolut lohnt, weil er zeigt, dass man zum Kreativsein keine Stempel kaufen muss, sondern man bereits sehr, sehr viele daheim hat. Jedoch würde man nie auf die Idee kommen, damit zu stempeln, aber ich bringe euch hier auf ganz andere Ideen und zeige euch, was alles möglich ist und wie großartig das aussehen kann. Den Workshop gibt es in diesem Semester und in diesem Jahr sogar nur ein einziges Mal und das in Ennebetal am 25. Februar. Die Links zu allen Workshops findet ihr logischerweise wie immer in der Videobeschreibung. Wie erwähnt gibt es ein neues Thema, Stenceling, sprich Arbeiten mit Schablonen und hier möchte ich zeigen, wie einfach es ist, tolle Hintergründe zu gestalten. Schablonen gibt es quasi überall zu kaufen und die meisten haben bereits auch welche daheim und man benötigt gar keine teuren Accessoires oder teuren Farben oder irgendwas. Ich zeige, welche Möglichkeiten es gibt, mit Stempelfarbe, mit Wasserfarbe, mit Kuppelmaschine, mit Stiften und so weiter zu arbeiten. Also natürlich habe ich in meinen Videos noch nicht alles gezeigt, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall zum Kurs zu kommen. Den biete ich in vielen, vielen Städten an. Schaut doch mal, ob einer für euch dabei ist. Bei Encaustic trage ich Wachs mit einem speziellen Eisen auf einen Malgrund auf und kann diesen Wachs bearbeiten, schieben, schraffieren. Ich kann ganz tolle Hintergründe, großartige Bilder damit erstellen und das macht auch noch wahnsinnig Spaß und geht rasend schnell. Diesmal in diesem Semester biete ich, oder auch in diesem Jahr, biete ich diesen Workshop nur einmal an in Erkrad und auch nur für die Altersgruppe 8 bis 12 im Rahmen des Ferienspaß. Ähnliches gilt für den Themenbereich Wunderbare Washi-Tapes. Auch das biete ich lediglich im Ferienspaß im Erkrad an für in diesem Fall 6- bis 10-Jährige. Auch die Monsterparty gibt es nur einmal dieses Jahr, ebenfalls im Freizeitspaß oder im Ferienspaß vom Erkrad für 6- bis 10-Jährige. Aber wer jetzt eins der Themen total grandios findet, dem biete ich ja auch an, den Kurs bei mir daheim zu buchen. Denn das ist etwas ganz Neues. Ich biete jetzt auch Workshops bei mir an. Ich habe mir tatsächlich einen neuen Tisch dafür gekauft und der muss doch mit euch eingeweiht werden. Es passen sieben Menschen, bequem daran, plus ich. Und wir basteln etwas und wir sprechen miteinander ab, was wir da machen. Der erste Termin wird am Ostermontag, sprich am 10. April stattfinden, von 13 bis 17.30 Uhr. Wer daran teilnehmen möchte, der schreibe mir bitte eine E-Mail an kartenqueen-at-gmx.de mit Adresse und Telefonnummer. Kostenpunkt ist 30 Euro inklusive Material. Und ja, was wir da machen, hängt davon ab, wer sich meldet, mit welchen Wünschen. Die bitte auch direkt in die Mail mit reinschreiben. Und dann fasse ich das alles zusammen und dann schauen wir mal, was es wird. Auf jeden Fall mit Sicherheit ein vergnüglicher, kreativer Nachmittag. Ja, ich hoffe, für den einen oder anderen von euch war was dabei. Und ich würde mich freuen, viele von euch in meinen Kursen wiederzusehen oder gegebenenfalls sogar auch endlich kennenzulernen. Von daher bleibe ich, wie immer, mit den besten Grüßen. Bis dann. Tschüss.